was besitze ich nicht was aber in vielen haushalten vorhanden ist warum besitze ich es nicht und wie schaffst du es weniger besitz anzuhäufen und somit geld zu sparen hallo und herzlich willkommen bei lebensfuchs mein name ist johnny im video letzten sonntag ging es darum was ich im jahr 2022 alles nicht kaufen möchte ich verlinke dir das video hier oben in der infobox heute geht es darum was ich alles nicht besitze und auch in naher zukunft nicht besitzen möchte dazu habe ich zehn dinge oder bereiche ausgewählt die in vielen haushalten vorhanden sind und bei mir eben nicht dabei handelt es sich um eine ganz bewusste entscheidung dass ich diese dinge nicht besitze und nicht besitzen möchte bedeutet also kein verzicht für mich ganz im gegenteil ich sehe es als bereicherung an diese dinge nicht zu besitzen und warum das erkläre ich dann auch zum schluss gibt es einen tipp von mir wie du deinen eigenen besitz hinterfragen kannst beziehungsweise dich fragen kannst welche neu anschaffung überhaupt sinnvoll ist starten wir mit dem ersten was in vielen haushalten nicht nur vorhanden ist sondern oft sogar in mehrfacher ausführung vorhanden ist nämlich ein auto ist jetzt natürlich voraus dass man das geld für ein auto hat aber kurioserweise besitzen viele haushalte ein oder mehrere autos obwohl sie das geld nicht haben es mag natürlich situationen geben in denen ein auto nötig ist und man sich dafür auch verschulden das ist immer eine einzelfallentscheidung aber ich habe für mich beschlossen ich möchte so lange es geht kein auto haben vielleicht sieht meine situation in ein oder zwei jahren anders aus das kann natürlich sein aber ich bin von grund auf einen stadtmensch und ich liebe mich in der stadt mit dem fahrrad oder mit den öffis zu bewegen und mir macht das auch nichts aus einfach mal zehn minuten an der bus haltestelle zu stehen und auf den bus zu warten und ich freue mich dann tierisch wenn der bus kommt für mich hat das so was gesellschaftliches und fürsorgliches da kommt jemand der nimmt mich mit und ich freue mich wirklich dass es so eine tolle einrichtung gibt und bin total dankbar und deshalb grüße ich die busfahrerinnen oder den busfahrer auch immer wenn ich einsteige und wenn es sich ergibt dann verabschiede ich mich auch natürlich nicht wenn ich in einem doppel bus ganz hinten sitze und aussteige dann brülle ich natürlich nicht durch den ganzen bus aber es gibt ja situationen wo am wochenende wo der bus relativ leer ist dann denke ich auch noch mal und sage tschüss und wünsche eine gute weiterfahrt ich fühle mich einfach total frei damit auch mich zu bewegen mit den öffis zu fahren andere sehen das anders die sagen sie sind nur mit dem auto frei für mich ist ein auto eine verpflichtung und zwar in jeglicher hinsicht ich habe die kosten für das auto ich muss das auto warten was auch wieder kostet ich muss das auto reinigen was auch wieder kostet ich muss wenn ich autofahre auf den straßenverkehr achten ich habe stress im stau ich muss einen parkplatz suchen und ich muss womöglich sogar noch weiter laufen als wenn ich zur bus haltestände laufen würde manchmal ist ein auto bequemer das gebe ich zu ja jetzt im winter aber so grundsätzlich von frühling bis herbst fahre ich einfach lieber mit dem fahrrad oder mit den öffis weite strecken fahre ich auch grundsätzlich lieber mit dem zug weil ich das einfach total bequem finde ich kann im zug ein nettes buch lesen ich kann arbeiten ich kann mal aufstehen durch den gang laufen und kann vor allem auch auf toilette gehen ohne anhalten zu müssen ich kann wenn nicht gerade corona ist nebenbei essen und trinken deshalb möchte ich kein auto haben sofern ist beruflich möglich ist ich mache ja je nach wetterlage alles mit dem rad oder zu fuß also zumindest so von frühling bis herbst und wenn der winter relativ milde ist und ich habe auch tatsächlich obwohl ich so viel mit dem fahrrad und zu fuß machen weder ein e-bike noch einen e-roller und neben den kosten ist für mich der hauptgrund sobald man mal bequem wird bleibt man dabei also es ist auch ein grund weshalb ich kein auto haben möchte ich habe einen bewegungszwang also wenn ich wohin möchte dann muss ich mich bewegen und die zeit die ich eventuell mehr brauche wenn ich jetzt zu fuß oder die oder mit dem fahrrad fahre die brauche ich dann nicht mehr abends irgendwelchen ausgleichssport zu machen zur büroarbeit oder zum autofahren denn auch im auto sitzt man ja die ganze zeit fast bewegungslos rum mal so ein bisschen so und so das ist ja jetzt keine bewegung und ich habe auch mal einen ganz coolen spruch neulich gelesen warum fahre ich ein normales fahrrad und kein e-bike weil ich es kann und deshalb möchte ich weder auto noch e-bike fahren ich kann das ich bin in der lage auch mit dem fahrrad weite strecken zurückzulegen und ich mache das aus reiner muskelkraft und bin glücklich dabei ich möchte eben nicht bewegungslos im auto rumsitzen und mich über den verkehr ärgern und dann muss ich abends noch zum gesundheitssport weil man sicher irgendwas gutes tun muss das fällt bei mir alles weg weil ich das tagsüber schon machen ich habe ja seit weihnachten eine apple watch und witzigerweise also man die ruft einen dazu auf einmal die stunde aufzustehen und sie kurz zu bewegen das ist auch sehr gut weil ich habe mich erschrocken wie lange ich am schreibtisch sitze ohne was zu tun aber kurioserweise es gibt noch zwei weitere einheiten das eine ist nämlich bewegung und das andere kalorienverbrauch und diese beiden dinge sind bei mir jeden tag oder fast jeden tag voll ausgefüllt obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe ich gehe einmal nur zu fuß einkaufen und habe meinen bewegungs soll an diesem tag erfüllt deshalb möchte ich weder ein auto noch ein e-bike oder ein e-roller haben ich möchte aus reiner muskelkraft fahren und zu fuß laufen und halt nicht irgendwie gerollt werden durch so eine rolle außerdem finde ich diese rolle total nervig also zumindest bei mir in der großstadt die fliegen einfach überall rum ich komme da zu fuß rüber aber wenn da jetzt jemand mit kinderwagen oder rollstuhl oder so die kommen überhaupt nicht mehr vorbei überall fliegen diese rolle rum das ist einfach nur nervig so eine ausnahme gibt es also auch ich werde ja leider mal älter und sobald ich irgendwie nicht mehr in der lage sein sollte mit dem fahrrad überall hin zu fahren da würde ich mir dann überlegen ein e-bike statt ein auto anzuschaffen denn da mit dem e-bike habe ich immer noch mehr bewegung als ohne das nächste was ich auch im letzten video schon angesprochen habe ist ein fernseher also ich habe keinen fernseher ich gucke manchmal so aus neugierde ins fernsehprogramm und ich muss jedes mal feststellen dass mich das alles überhaupt nicht interessiert also die ganzen shows und so null interesse es gibt natürlich mal einen film oder eine serie die ich ganz interessant finde aber eben nicht mit dieser stundenlangen werbung also das finde ich total nervig da ist ein film der geht zwei stunden und ich sitze drei stunden vor dem fernseher wegen dieser bescheuerten werbung also das klassische fernsehen ist nichts für mich nun gibt es ja natürlich noch streaming aber dafür brauche ich keinen fernseher zumal ich mich wenn ich irgendwas gucke gar nicht irgendwie in den sessel setze oder so und dann da rumsappe sondern ich mag das anders in studentischer manier nehme ich meine mahlzeiten tatsächlich am schreibtisch ein und und während ich esse gucke ich meistens ein youtube video zur finanzbildung am computer natürlich und manchmal gucke ich auch eine serien folge zum essen und zwar entweder aus den mediatheken oder amazon prime for students habe ich noch ich nutze auch ganz bewusst die mediatheken weil ich ja jeden monat diese 18 euro 60 rundfunkbeitrag bezahlen muss und ich will einfach nicht dass ich so viel geld umsonst zahle deshalb gucke ich ganz bewusst in die mediatheken rein was mich da interessiert ich habe nicht nur keinen fernseher sondern ich habe auch keine musikanlage oder ein radio ich habe kopfhörer verschiedenen ausführungen und ich habe eine kleine bluetooth box und es reicht mir vollkommen denn man kann ja musik auch streamen oder das radio auch stream ich habe noch ein paar physische cds tatsächlich die aber die sind natürlich alle digitalisiert und ich bin auch ein bisschen konservativ also jedes mal wenn ich medien kaufe habe ich immer gerne noch irgendwas festes in der hand also cd oder dvd ja ist halt so aber dafür brauche ich halt weder eine fette anlage noch einen fernseher das geht alles über computer und das reicht mir vollkommen apropos computer ich habe seit vielen jahren keinen desktop pc mehr ein laptop ist natürlich teurer aber ich habe dadurch den vorteil dass ich es überall mit hinnehmen kann das ist auch gerade in der uni ganz sinnvoll wenn man die vorlesungen mitschreiben möchte oder in der bibliothek arbeitet ich hatte meine zeit lang tatsächlich beides und so ein laptop für die schule damals auch noch und auch in meinen ersten unijahren und zu hause habe ich dann am desktop rechner gearbeitet aber mittlerweile sage ich mir ich gebe lieber etwas mehr geld für den laptop aus und habe dann nur ein gerät statt zwei geräte und zu hause läuft mein laptop eigentlich wie ein desktop rechner ich habe da einen großen bildschirm angeschlossen und ich habe eine externe tastatur und maus so dass es da vom komfort einfach keinen unterschied macht ich habe auch keine kommerzielle software ist auch eine klitzkleine ausnahme ich nutze die kostenlose app komod als rennrad navi oder auch für längere läufe oder gerade wenn ich in einer gegend bin wo ich mich nicht auskenne dass ich unterwegs ein navi habe wenn diese app komod ist kostenlos kann ich jedem empfehlen es ist aber nur die eigene region als karte kostenlos und da habe ich mir tatsächlich mein sonderangebot die ganze deutschland karte gekauft dass ich eben auch in fremden gegenden diese app nutzen kann aber grundsätzlich habe ich keine kommerzielle software ich halte das nicht für nötig sofern man nicht professionell damit arbeitet also ich nutze ein ganz normales open office also libreoffice nutze ich und ich nutze auch für die grafik erstellung und den videoschnitt für lebensbruchs tatsächlich kostenlose software es gibt manchmal ein paar einschränkungen das muss man dann für sich abwägen ich frage mich dann immer ist sind die kosten der kostenpflichtigen software mir das auch wert und bisher war das nicht der fall von daher ich nutze also keine kommerzielle software gehen wir mal quasi vom arbeitszimmer ins wohnzimmer ich habe kein sofa das hat natürlich in so studentenapparten platzgründe aber ich sitze auch so gut wie nie in meinem sessel also ich habe ja schon gesagt ich gucke eigentlich nur beim essen mal so ein bisschen fernsehen und das mache ich halt am schreibtisch und ansonsten gucke ich an sich kein fernsehen dass ich mich da irgendwie im sessel oder aufs sofa setzen müsste ich lese natürlich aber entweder also sachbücher lese ich meistens am schreibtisch dass ich mir auch ein paar notizen machen kann und ansonsten lese ich ganz gern vor dem einschlafen und das mache ich dann bin ich im bett die einzige ausnahme ist wenn ich mal krank bin dann setze ich mich tatsächlich auch mal mit decke in einen sessel aber ansonsten nutze ich den sessel nicht und deshalb brauche ich auch kein sofa und wenn ich dann mal eine neue wohnung habe würde ich den fokus auch erstmal auf andere einrichtungsgegenstände legen das einzige was mich an dem sofa was mich da interessieren würde ist so ein ottomane also dieses dieses lange teil wo man sich dann drauf legen kann aber ich habe einen sessel mit fußhocker das ist fast genauso und es ist vor allem auch deutlich günstiger ich habe auch keinen teppich also es wird jetzt schon so ein bisschen spezieller ich bin mit teppich aufgewachsen also die wohnung meiner eltern hatte als ich Kind und Jugendliche war überall teppich und natürlich auch in meinem zimmer aber ich habe dann irgendwann als ich mich von meinem jungen zimmer verabschiedet habe meine eltern gebeten den teppich gegen laminat zu tauschen und das war eine super entscheidung ich möchte eigentlich nie mehr einen teppich haben und schon gar nicht irgendwie so ein läufer den man sich dann irgendwo drauf legt aufs laminat oder auf diesen weil ich das total unpraktisch finde dann bleibt man immer hängen und dann verfärbt das unterm läufer sich anders als ohne läufer und das ist einfach viel zu viel arbeit auch beim putzen und von daher denke ich so ein teppich ist für mich eine unnötige ausgabe wer das mag natürlich kann jeder machen wie er möchte ich aber nicht außer höchstens im bad vielleicht mal so ein vorleger oder so das ist aber das maximum der gefühle für mich gehen wir mal in die küche also ich habe gar keine aber jetzt so theoretisch ich habe keine kaffeemaschine weil ich keinen kaffee trinke natürlich auch keine kaffeemaschine man kann aber kaffee auch von hand auf gießen das ist kein problem ich würde aber glaube ich für besuch also schon gar nicht eine kaffeemaschine extra für besuch kaufen ich würde aber glaube ich auch gar nicht für besuch jetzt extra kaffee kaufen also das wird ja so schlecht wer nicht ohne kaffee leben kann da kann sich wenn er nicht besuch gerne mitbringen aber mein professor zum beispiel für den ich gearbeitet habe der ist fanatischer teetrinker und immer wenn er seine mitarbeiter zu sich nach hause zum kaffee eingeladen hat gab es natürlich nur tee hat sich niemand beschwert naja ok er war der chef vielleicht nicht mehr schlau sich zu beschweren aber auch bei mir wer mich besucht der weiß dass es bei mir keinen kaffee gibt und bisher ist da auch noch niemand dran gestorben ich besitze auch diverse küchengeräte nicht also seit ein paar monaten besitze ich so einen kleinen mini ofen also da passt maximal so eine tiefkühlpizza in normalgröße rein also nicht die mia grande die passt nicht rein sondern normale tiefkühlpizza passt rein ich musste mich entscheiden entweder mikrowelle oder mini ofen und da habe ich mich ganz klar für den mini ofen entschieden eine mikrowelle eine pizza ist nicht so pralle und ich würde auch mit einem großen herd immer noch den mini ofen der mikrowelle vorziehen also um noch kurz zu sagen ich habe auch kein herd ich habe nur eine induktionsplatte also eine einzige deshalb gibt es bei mir auch immer so einfache gerichte weil ich halt nur eine eine platte habe ich würde aber immer noch den mini ofen der mikrowelle vorziehen weil der mini ofen nämlich für eine person vollkommen ausreicht es ist einfach energetisch auch viel günstiger nur den kleinen ofen zu heißen statt den großen ich habe natürlich auch keine fritteuse ich habe keinen standmixer ich habe keine küchenmaschine und anderen schnickschnack auch nicht ich habe ein handrührgerät leider ohne knethaken und ich habe einen pürierstab der nicht genug power hat ansonsten habe ich nichts und ich persönlich empfinde das einfach auch als chaos also wenn man so viele küchengeräte hat ich empfinde das einfach sind alles so viel zu viel platz weg und es sieht nicht schön aus nur ein toaster habe ich noch fällt mir gerade ein ja zu dem küchen chaos leite ich jetzt gleich mal über zu dem tipp den ich dir am anfang versprochen habe und zwar ist für mich die überlegung immer mir nur dinge anzuschaffen die eine mehrfach verwendung haben ein ganz simples beispiel mit einem herd kannst du viele verschiedene dinge aufwärmen und kochen aber mit einem eierkocher und wie ich ihn neulich tatsächlich gesehen habe ein eierkocher für ein ei kannst du nichts anderes tun als ein einziges ei zu kochen ich denke mir immer mich bescheuert ist das eigentlich also man hat dann einfach zehn küchengeräte im schrank die nur eine einzige sache sachen können ein gerät für eier denn auch mit einem eierkocher für sechs eier kannst du nur eierkocher du hast dann ein gerät für eis ein gerät für reis ein gerät für pommes ein gerät für kaffee und so geht es immer weiter und dann hast du die ganze küche voll mit geräten die nur eine einzige sache können das würde ich mir halt echt überlegen es gibt für mich jedoch eine einzige ausnahme und das ist ein gerät oder das sind denn geräte die man wirklich täglich verwendet bei mir ist das der wasserkocher wenn du jeden tag mehrere kann kaffee trinkt was ich dir nicht empfehlen würde dann kannst du dir natürlich auch ohne probleme eine kaffeemaschine gönnen weil die ist ja dann immer in benutzung das ganze funktioniert natürlich nicht nur mit küchengeräten bei mir sind es zum beispiel bücher ich habe tatsächlich mal fast alle meine bücher der belletristik verkauft weil ich nicht mehr wusste wohin mit den ganzen büchern und ich habe die verkauft weil ich mir gesagt habe ich kann die bücher alle in der bibliothek auslösen bis auf ein paar sachen habe ich noch harry potter habe ich noch her der ringe habe ich noch narnia habe ich noch so alle meine meine lieblingsbücher die habe ich noch den rest habe ich komplett verkauft denn was kann man mit so einem buch machen also so ein roman den stellt man ins regal und dann steht er da und staubt ein und alle paar jahre wenn es hochkommt ließ man im raum und da habe ich gesagt nein stopp jetzt ist schluss damit die lösung ist entweder ich leih mir das buch aus wenn ich es lesen möchte oder ich kaufe es mir digital also ich würde immer ersteres bevorzugen das ist günstiger und wenn ich das buch tatsächlich besitzen möchte dann würde ich das einfach digital kaufen und da wäre zum beispiel als alternative zu den ganzen büchern so ein ebook reader eine gute anschauen denn da kann ich die käufe alle sammeln und so ein ebook reader nimmt einfach nicht so viel platz weg als wenn ich jetzt ein bücherregal mit 500 büchern hätte etwas anderes ist natürlich die sache mit arbeitsbüchern also zum beispiel mit nachschlage werken mit dem man fast täglich arbeitet die sollte man sich dann natürlich anschaffen dass man parat hat was kannst du nun tun falls du ausmisten und platz schaffen möchtest dann frage dich doch einfach welchen gegenstand brauchst du wirklich oder kannst du die funktion des gegenstandes nicht anderweitig ersetzen wie zum beispiel den eierkocher brauchst du den eierkocher wirklich weil du kannst ja die eier auch in einem topf kochen das geht sogar schneller ich weiß das aus erfahrung weil meine eltern immer ein eierkocher verwenden und als sie diesen sommer mal bei mir zu besuch waren in der ferienwohnung sagte mein vater ganz entsetzt hier ist gar keine eierkocher ich so ja ich habe auch keinen eierkocher und wie kochst du deine eier im topf kochen und es gibt ja sogar noch von ganz früher diese eieruhren also die küchenuhren heißen eieruhren weil man sie zum eierkocher eierkochen verwendet hat und wenn lorio noch kennt den tropen der weiß man sollte dann nicht auch die uhr stellen ja also das nur mal so als beispiel mit dem eierkocher wie du gedanklich vorgehen kannst kannst du den gegenstand anderweitig ersetzen und zur motivation dass du deinen besitz auch mal durchgehst überlege dir wie viel geld du einnehmen kannst wenn du alle dinge verkaufst die du nicht mehr benötigst und für die zukunft wenn du etwas neues kaufen möchtest überlege dir halt hat dieser gegenstand mehrere anwendungsmöglichkeiten das funktioniert zum beispiel auch mit kleidung kaufe dir kein stück kleidung von dem du von vornherein weißt dass du das nur ein einziges mal im leben anziehen wirst falls du so etwas mal brauchst leih dir doch das kleid oder den anzug einfach nächste woche geht es mal in der reihe vom sparen zum investieren weiter ich werde der frage nachgehen warum ich persönlich mit einem etf besser schlafen kann statt mit einzelnen aktien und das nämlich aus aktuellem anlass dann verabschiede ich mich und freue mich wenn du das nächste mal wieder dabei bist ciao ciao